Ah, jetzt hat er sie genommen. Ich, äh, ich, ne. Ich hab wahrscheinlich... Kommen Sie, Tobi? Ist er nach unten gerannt? Ja. Ich bin rechts vorbei, ja. Ich hab, ich hab wahrscheinlich einen Ping von hier bis Kamtschatka. So, ich versuch mich mal rauszuschleichen. Wenn ihr sagt, das sind Schüsse. Ich hab Angst. Ich hab keine Angst, aber ich finde die Sache nicht gut. Ich... Ich such immer noch die Polizeistation. Also da ist das Panzerdenkmal. Nee, die Polizeistation ist woanders. Die ist beim Bahnhof. Die sind gerade mit dem Berenzino drin. Ach, das ist das... Ah, okay. Ja, das ist kackiger, die... Die sind so verdammt laut hier, die scheiß Fliesen. Alter, ich hab bestimmt einen scheiß Ping. Wir schauen, dass wir schnell hier rauskommen. Mhm. Ich hab mit Sicherheit einen Drecksping. Weil der reagiert ja auf gar nichts. Und das richtig. Bist du wieder hinten raus? Ja. Ja, können wir machen, der Mac. Kein Thema. Ähm... Ich glaube... Du hast gesagt, du bist da beim Dings, beim Bahnhof. Schuss, ich hör Schüsse. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schießt der auf mich? Nee, eigentlich nicht. Ist ja die Polizeistat, oder? Nee, die Schule. Ey, jetzt rauszugehen wär doof, aber ich kann mich nicht mal zur Wehr setzen. Mark, du bist grad wie ein Zäpfchen hier gegengeleckt. Wir machen ja gleich Schluss, von daher kann ich jetzt mal gucken, was hier los war. Ich geh einfach von hinten raus, da passiert mir nix. Von hinten? Warte mal, da sind Schüsse. Aber wo? Alter, was schießt der denn? Hat er das ganze Magazin voll? Nee, da lauf ich nicht lang, hab ich Angst. Bobby, du bist noch hinter mir? Ja, ja. Ich wär hier vorsichtig, hier ist ein bisschen Schusswechsel. Och, ich glaub ich den Schusswechsel. Mich kriegt der doch sowieso nicht, jedes Mal wieder erzielt, werd ich zurückgesetzt. Oh scheiße, ich bin in der, ich bin in der so doofen, wie heißt das Ding? Fabrik. Ah, ist ja zufällig auch ein riesiger Schornstein. Also innen drin nicht. Äh, aus wie du hast. Ich komm ja nicht, du siehst doch wie ich laufe. Ach, da ist ein Zombie, da ist ein Zombie ganz hinten. Also sieh jetzt hier die Stromschrachten links weiter, da ist irgendwo ein Zombie. Jaja, hab ich grad gesehen. Hä? Hier steht ein Zug, wo bin ich? Hier war ich noch nie. Alter, da hinten ist ja das Eckhaus, wo sie überschießen. Misonki entdeckt grad völlig neue Örtlichkeiten. Ja. Mit, 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 mit diesen, mit diesem Slow-Motion-Effekt sieht das echt pervers aus. In dessen hechten Mark und ich durch die Hinterhöfe? Ja. Ah, Feuerwehrstation. Okay. Mal schauen, also wir sind jetzt beim Industriegebiet mehr oder weniger. Wir sind jetzt, äh, so quasi an den Gleisen. Da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Also ist da schon mal niemand. Also ist da schon mal niemand. Habe ich was? Kann ich den Zombie... Kann ich den Zombie... Kann ich den Zombie sicheln? Äh, direkt gesehen schon, ja. So wie einfach weiterlaufen. Ich logg die erstmal mit rein. Äh, bisschen, bisschen Pekker am besten. Eben bin ich gerade ausgelaufen, da hat man mehr rausgeschossen. Ach du bist, äh, 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 nicht, ähm, jetzt gerade, aber... Nee, nee, vorhin war da. Alter, was gibt die für Geräusche von sich, die Alte? Der macht mir ja Angst. Äh, gehen wir hier aufs Gelände? Sanki, wir sehen Aufzüge. Ja, ich bin in der Feuerwehrstation. Also blutend. Alter, was hält die denn aus, diese sch... Bekloppte alte Schlampe, ey. Geh auf Strich, du Nutter. Der Sanki wird aggressiv. Jetzt hat er für den Stream beenden. Und dann kommt P-O-U-C-H-E-S. Marc, da ist ein Zombie-Winzi hinter dir. Äh, kannst du dich umkümmern? Ihr müsst nicht mit mir reden, Jungs. Wir haben gerade ein Zombie. Hier ist gerade ziemlich geleck, Marc. Nein, ich. Das sind anlegbare Taschen eigentlich, ja, würde ich auch sagen. Und wohin, wo lege ich die an? An der Waffe? Nö. Pass auf, Flui. Das müsst ihr doch mal langsam haben. So. Äh, ich blute übrigens. Mhm. Kannst du dich verbinden? Ja, ich hab... er meint. So. So, komm mit Boots an. So. Hattest du Bild gemacht? Ich lauf hier echt durch die Feuerwehrstation. Die suchen mir grad. Da, wo ich bin. Höhöhöh. Warte mal, ich guck jetzt mal, was Potsches heißt. Wenn ich es nicht überlebe, ist das Team eh gelaufen. Das ist eh schon mehr. Wir sind eh schon drüber. Ja, ich schick nochmal ein Bild von dem Fuck. Ich weiß auch keiner nachgucken, was Potsches heißt. Also hier ist jetzt der Krankenstelle. C-H-E-S. Beutel. Ja, und wie lege ich diesen Beutel an, du Beutel? Few contents. Ja, im Sinne. Du sollst den anlegen. Irgendwo an deinen beschissenen Körper. Ah, da ist die Polizeiwache sehe ich grad. Ja, und dahinter ist die Feuerwehrstation. Direkt auf der anderen Seite, oder was? Können wir uns noch finden. Äh... Was zum... Was? Bin grad rausgetabt, aus irgendeinem Grund. Ja. Oh, wir müssen es sehen. Okay, ähm... Monkey, du bleibst in der Feuerwehrstation. Ja. Ich bin wieder drin, Tobi. Wo bist du? Ähm... Nemeck, ich hab... Ich bin nur noch auf die andere Straße gegangen. Nemeck, ich hab... Nemeck, ich hab deine Anfrage bekommen. Ich beantworte die auch gleich. Ähm... Ich bin aber erstmal noch ein bisschen... Ich stehe vor dem Fenster. Weg da! Und die Feuerwehrstation. Wir gehen aber weiter zum Zonky. Ja klar, ihr wollt mich nur erschrecken. Wo ist diese Schatten? Wo ist diese Feuerwehrstation? Ich seh sie nicht. Also hier ist jetzt diese Polizeistation. Bist du da von aus südlich gegangen? Oder in welche Richtung bist du gegangen? Ähm... Ich bin... Ähm... Ich bin raus und dann... Hier schießt einer. Ohne Munition. Wes? Ja, Benno. Römer deinen Satz. Du bist raus und dann... Und dann wieder rein. Wo bist du da? Ich komm jetzt einfach raus. Warte. Scheißegal. Ich hab... Du bringst nichts, wenn du rauskommst. Wir finden die Feuerwehrstation nicht. Das hörst du da, wo der Tote liegt. Bobby, wo bist du? Ich bin vor der... Vor der... Ehe... Ehe... Ah, da. Okay. So, warte. Hier bin ich raus. Ach, Marc. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir hier richtig. Ja, ja, ja. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsst ihr hier vorne recht... Ah, da war das Eckhaus auch gewesen, hat er gesagt. Hier vorne rechts müsst ihr... Ihr rennt doch da vorne, oder? Moment. Bist du das? Ah, ja. Sonki, kommst du da gerade entgegen? Nee. Das sind zwei Leute. Da ist der Sichel in der Hand. Ja, ja, das ist Sonki. Nein! Da... Mich erkennt sie daran, dass ich immer zurückgesetzt werde. Ich könnt... Ich... Ich... Au! Wer schießt hier? Ey, das ist Sonki. Ey, das ist Sonki. Du Pedder, hör auf, ich schießt das, du Lattenschuss! Du hast gesagt, das wärst du nicht. Ja. Nein, so, hast du Bandagen? Ja. Komm mal hier ins Haus rein, Männers. Und... Ja, ist klar. Mir schaust du mit deinem Blut aus. Ja, liegt's auf der Straße, ne? Ich kann den links gehen. Mach, komm rein, schneller. Moment. Ich bin noch drin, das ist der Donki. Nein. Der Donki. Loch zu. Ich hab auch die Anfrage von... 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 von Social Blade gekriegt. Oh, goddamn. Was machst... Was machst du da? Was stichst du da für Sachen in mich rein? Salz... Wasser. So. Salzlösung. So. Ah, okay. Donki, brauchst du jetzt irgendwas? Brauchst du Nahrung, trinken, wie auch immer? Hydrated, cold. Äh... Ich brauch so gut wie alles. Einen Anwalt. Brauch ich auch. So, guck mal, hier hast du noch mal was zu trinken. Und hier hast du noch was zu essen. Also, Essen hätt ich auch noch genug. Das Schlimme ist ja, dass der, ähm, dass der... Der Metzel, der kennt mich ja noch von... von... von den anderen Spielen, wo ich immer gesagt habe, ich bin da vor Durst, dabei war ich immer... war ich immer Hydrated und, und, ne? Genau. Darum zieh ich jetzt, zieh ich jetzt auch grad zwischen deine dumme Rübe. Aber ich seh ja zum Glück im Stream, dass du, äh, nicht wirklich was hast. Wollt ihr mich verarschen? Ihr zieht, ihr zieht auf mich. Hallo, wir sind Freunde. Hier, Freunde. Ich zeige... Ich hab's ganze... Ich hab's ganze, äh, Magazin auf dich. Hallo. Und er legt immer noch. Wie ich vorhin auf den, der sich ausgelockt hat. So, jetzt fang ich mich hin. Ja, wir machen jetzt Pause, ne? So, jetzt würd ich sagen, wir enden wir das Ganze. Ja, dann danke für den Streamschauen, an die Schauenden des Streams. Nämlich... Ich guck mal, wer da ist. Namek. Ist richtig voll geworden. Es ist leer. Ja. Mex... 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 Me... Äh... Ne, ne. Der da. Ja, ne, Meg. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ich nehm die Dinger gleich alle an. Und dann, ähm... Das sieht sehr nachkönig aus, Rubi. Ich will da jetzt nicht noch kochen, aber irgendwie hab ich Hunger. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Ja. Ja.